sehr schön aber dass es jetzt hier so ruhig ist freunde gefällt mir gar nicht gefällt mir gar nicht so egal oh keine kohle mehr shit was macht ihr sammler geht immer hier sammeln sammeln mal edelsteine komm und du auch bitte sammeln mal edelsteine dammte kacke so ja sehr schön macht ihr das mal im arsch hier ja wie gesagt von der willkommen zum finalen showdown beim angriff auf london das alliierte hauptquartier und es war irgendwie klar dass das alliierte hauptquartier in london ist es immer so ein spiel dass irgendein wichtiger punkt in london ist und da kommt oh nee was soll das denn scheiße komm mix macht den schlachtkreuz am arsch kommt oh gottes willen ey alter und machte weg ja gut alter schwede er hat mir meine u-boot werft weggenommen verdammt hier wurde ich überrascht gut dann fahrt man nicht zu nah daran sondern so und feuer verdammt nicht nur zwei warum feuern denn nur zwei verdammt noch mal nicht nur zwei feuern wie blöd muss man denn sein so sehr schön kann die u-boot werft mal wieder aufgebaut werden hier so am besten noch eine damit der die u-boote immer ein bisschen schneller gehen kann man reparieren was kommt da wieder artillerien alles klar keine chance für dich hier so ja jetzt habe ich auch wieder kohle ja gut dann werde ich halt hier was okay werde ich hier hat die sperre errichten die kommen anscheinend hier unten raus dreh dich mal um so nach bei welchem thema war ich denn gerade sehr schön was hölle die artillerien ja ja ich weiß schon alles klar ne wisst ihr wart ich baue meine zweite waffenfabrik und das flugzeug erforscht mal bitte hier nix da so weg damit wie viele sammler habe ich hier fünf sammler ja fünf sammler so die frau ich aber auch und warum ist eine mig weg okay einfach mal reparieren bitte so ich wollen massen hammutpanzer erst mal ich kann ja ein sammelpunkt hier einbauen hier ist mein sammelpunkt ja das ist ganz gut so da kommt da oder kommt damit jede menge scheiße an wie immer so dann kann ich jetzt mal hier die zweite waffenfabrik bauen das zum privärbauwerk machen und dann danach jede menge raketenwerfer bauen ja kommen dann der panzer steht da einfach rum okay sagen wir mal hier vorne du auch bitte alles klar so dann baue ich jetzt mal raketenwerfer wo sind sie denn erst mal die erst mal die fünf männlichen wo sind die raketen da sind die raketen werfeiert uiuiuiuiui um gottes willen was macht der viel da alter schwede hat der viel was macht der denn ja toll danke ein sammler kann ich mal wieder direkt nachbauen fuck schießt doch auf die rakzirus verdammt macht er denn da nein ja dann sammler kommt mal rein hier so viel spaß damit drei tesla schwulen drei testen so ein gottes willen eiserne form hier drauf bitte so weg damit so die sammler hier alles klar ist das stressig das ist echt stressig das ist jetzt mal einen eisernen vorhang oh gott erstmal entspannen was war das denn erstmal durchatmen ich mache auch mal gerade hier eine kurze nachrichtenpause so die mucke passt jetzt auch erster angriff überstanden ja das passt das passt so weiter geht's ja wo ich die helikopter hierhin sechs stück oder acht stück sogar sechs reichen so alles klar die kohle fließt sehr schön so aber erst erstmal unsere ruhe hier hier kann ich eigentlich auflösen ich bräuchte eigentlich noch mehr u-boote ja dann mache ich das kommen dann bau noch mehr u-boote so dann seid ihr martin zwei meine mix und wenn dem sein sammler wieder hierhin kommt dann werde ich den mal besuch abstatten weil ich ja kein wakt dass der mehr alles weg erntet so weiter hier oben hat daher jede menge scheiße auf jeden fall und hier ist seine energie das weiß ich ja so da ist ein scheiße man ich habe hier nicht aufgedeckt so auf den sammler so drauf da das hat nicht gereicht okay ich brauche das spionage flugzeug definitiv weil ich habe keinen bock mit dem sammler dazu erkunden da ist er verdammt komm schon jetzt erkunde das mal bitte hier für mich so der bomber kann man hier drauf und ja so geht es halt voran und wie gesagt wir sind kurz vor der zerschlagung der alliierten und er bewegt sich wieder so da kommt der nächste sammler schon moment nein 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 stop stop noch nicht werfen macht ihr mal eure runden hier wartet mal bis der stehen bleibt so jetzt jetzt ja sehr schön okay bis da was ich kann doch eigentlich mal mit denen hier hier hinfahren so dann kriegt er jetzt spaß damit soll er noch mal versuchen hier zu sammeln ohne scheiß so ich brauche eigentlich noch mehr u-boote so die sperren sind errichtet flugzeuge sind fast fertig also luftwaffe so dann machen wir den sammler platt ja sehr geil ja sehr gut kommen bomber ja verdammt nein macht doch nicht die ganze raketen werfe im arsch verdammt so sehr schön und hier drauf so los oh gott oh gott oh gott oh gott so okay alles klar jo dann war ich noch meinen letzten hubschrauber holy shit was ist das denn oh gott energie schnell oh man das gibt jetzt alles ein bisschen zu schnell wo ist das großkraftwerk damt hier okay ja ist egal lenkt die ab einfach doch noch einen sammler lenkt die ab ich brauche meine tesla spulen jetzt verdammt ach du scheiße ey ja komm dann hier so so weg damit weg damit verdammt ey oh gott holy shit der fährt hier einiges auf ja aber das ist auch logisch wenn man mal bedenkt wo wir sind ne so weg damit weitere raketen werfer so hier gehen wir hier unten hin alter wie unverschämt ist der eigentlich und jetzt kommt er mit seinem sammler natürlich hier hinten ist klar so weg damit sehr gut so die mix so so und weg damit so das war's mit deinem sammler verdammt verdammte kacke so ja mach mal hier einmal zack weg damit so du kommst jetzt hier nicht mehr rein ja weg damit weg mit dem scheiß sammler dass der mir ja nicht hier wieder meine sachen weg erntet die mix können wir da drauf so der hubschrauber noch ne der letzte hubschrauber ja ja der letzte hubschrauber da ich habe auch ziemlich viel wieder bereit hier ja schritt für schritt komm komm Gummipanzer wie süß wie niedlich ey so fallschirmjäger können wir hier ernsthaft ich habe doch gesagt ihr sollt den platt machen ja natürlich jetzt kommt er auf die idee mich anzugreifen so dann geht mal hier drauf bitte so ja flack ich hab ne flack hier penner ey so sehr schön oh das läuft so gut das läuft so gut gerade unglaublich ja unfassbar so flack kommt so alles klar meine basis ist fast fertig ist fast fertig also im vorhang habe ich wieder noch mehr raketenwerfer so alles klar sollt er versuchen so gut so nächste flack nächste flack ich alles absichern jetzt mit flacks hier zack was okay krass so der kann mal ein bisschen erkunden laufen genauso wie die hier so läuft mal erkunden so spionage alles klar das hört sich gut an vielen dank so dann kann ich mal hier oh oh guck mal worauf ich hier gestoßen bin so zack auf schrauber ist okay krass ach komm schon so da oben alles klar weitere einheiten so alles klar das ist gut abgesichert hier sehr schön sehr schön da ist ich hab doch was gehört ah ah ein turm okay sehr gut dann macht ihr mal platt so ist noch ein hufschrauber okay so raketenwerfer komm langsam hab ich genug raketenwerfer ja so dann mammut komm ja die mammutpanzer die wir hatten jetzt genauso schnell fertig wie äh normale kampfpanzer das ist ja so krass mammut geht hier mal dahin bitte hier oben einfach so raketenwerfer reichen jetzt so ja ich habe nämlich einen plan ich will nämlich hier einfach die dampfhammer methode machen und zwar einfach massig einheiten bauen und damit dann den gegner vernichten U-Boote U-Boote kann ich noch ein paar gebrauchen doch ja kommt das hier raus ja kommt raus okay sehr gut spionage mache ich mal weiter und zwar hier zeige ich mal was da ist wahrscheinlich nur was dann ne nur was da ja sehr schön ah der Bomber probier das mal hüfff fliegt wahrscheinlich quer da oben drüber aber ist scheißegal mir ist nicht scheißegal weil der flöten geht aber ihr wisst was ich meine ah ne er kommt sogar von einer relativ guten Seite den hätt ich eigentlich auch hier drauf schmeißen können ah weich doch nicht immer aus verdammt der wird sogar treffen so brauche ich noch irgendwas ich glaube nicht nö ah hier hat er wieder Artillerien so weitere U-Boote so 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 weg damit die können sich gar nicht aaaaah nein nicht 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 nein ohoho gut ey gut richtig gut so ja dann ah so weitere Mammuts brauche ich auf jeden Fall ah ich hab kein Geld ah blöd ah wieder piu piu wobei wovetball warum brauche ich eigentlich so viele U-Boote ich brauche keine U-Boote verdammt ich brauche keine U-Boote mehr so einen Moment ich hab was ist das denn hier jetzt achso ok ne es war nur der Google Assistant auf meinem Handy so alles klar dann fahrt ihr mal hier hin bitte so dann müsste ich nämlich auch einen Transporter gleich bauen oder wie sieht das aus ja eigentlich schon oh was macht der denn jetzt mit dem Hubschrauber auf meinen Sammler interessant dann bauen wir den Transporter und gleich weitere Mammutpanzer Mammutpanzer so alles klar alles klar dann äh fahr mal bitte hier hin Moment mal die Raketenwerfer vielleicht treffen die ja was wenn ich die hier hinstelle probier es mal bitte was ahahaha versuch's zack weg damit so weiterer Mammutpanzer ich hab richtig viele Mammutpanzer so 45 Minuten und ich hab noch nicht mal alles aufgedeckt hahaha da seht ihr mal was das für eine Mission ist Leute da seht ihr mal was das für eine Mission ist ah die kommen da nicht hin ne die kommen da leider nicht hin nein oh da liegt das wegen dem Kraftwerk hier da werde ich das mal ein bisschen weiter nach unten setzen so warte ab bis das gebaut ist geile Mucke wieder hier so und dann setzt das mal ein bisschen weiter runter so könnt ihr doch jetzt hier hin oder ne aber hier hin könnt ihr könnt ihr von da irgendwas abschießen aber jetzt oder schade nein könnt ihr die Bäume abschießen das könnt ihr oder ja Das könnt ihr. Sehr schön. Okay, dann schießt wir bitte die Bäume ab. So, Spionageflugzeug. Ja, das Ding ist halt, die Brücke hierhin ist im Arsch und da kann ich jetzt auch nicht viel weiter machen. Weil der hat jetzt Schattengeneratoren, das heißt, ich sehe nicht, was da ist. So, der hat auf jeden Fall da einen Bunker, das sehe ich. So. Ja, sehr schön. Okay, alles klar. Dann deckt den mal auf. Sehr schön, alles klar, gut. Dann, jo, dann würde ich sagen, nehme ich mir gleich schon mal erstmal den... Mach das mal weg. Nehme ich mir gleich erstmal den Stützpunkt. Warum, warum, was macht ihr denn da? Mann, warum läuft der denn in die andere Richtung, Mensch? Das ist richtig nervig hier, guckt euch das an. So. Oh Gott, Ruckel. Dann nehme ich mir gleich nämlich erstmal fünf Mammutpanzer. Und werde die mal da einladen. Weil ich will mir jetzt nämlich den Stützpunkt da. Ich will den platt machen. So, ich brauche nämlich keine fünf, ich brauche nur vier davon. So, die Raketenwerfer, wie die da stehen, richtig stylisch. Weitere Mammuts. So, weitere Mammuts einfach. Ah, Moment. Ne, ne, ne. Hier kommt nichts mehr, habe ich das Gefühl. So, dann können die Oberbote sich mal hierhin bewegen. Aha. Oh Gott. Aha. Seht ihr das? So, weg damit. Mach das kaputt. Mach der kaputt. Los. Mach doch was. Verdammt. Oh, scheiße. Oh, der hat meine ganzen Schiffe platt gemacht. Dieser Penner. So, dann die Hubschrauber kommen jetzt auch mal zum Einsatz. So. Lass mich raten. Wieder auf die Werften, ja. Oh Mann. Jetzt nicht deren Ernst. Nur weil der sich ein bisschen bewegt. So. Dann mach den platt los. Mach den kaputt. Mach den kaputt jetzt. Schneller. Schneller. Komm schon. Ja. Sehr schön. Und hier den bitte. Der hat mich schon wieder eine weggenommen. Das ist so unfassbar. Es ist unfassbar. Das kriegt. Hahaha. Geil. Oh, die Hubschrauber. Die Hubschrauber sind... Was? Wo kommt das denn jetzt her? Ah, okay. Geht ein Stück zurück. Lasst euch nicht von dem abballern, ey. So, dann. Mach mal hier. Und weitere U-Boot-Werft. Wo ist denn die U-Boot-Werft? Hier ist die U-Boot-Werft. Ja, der hat hier alles, alles, äh, verdeckt. Wie weit kann der denn schießen? Ah, der kommt. Ah, ich verstehe. Okay. Kuss. Okay. Das ist jetzt nicht dem sein Ernst, oder? Dann schießt er drauf jetzt. Schießt er drauf. Und die Hubschrauber auch. Der ist so dreist. Der ist so dreist. Guckt euch das mal an. Kommt der mit einem Schlachtkreuzer hier in meine Basis? Das ist ja wohl die Höhe, ey. Das ist ja wohl echt mal die Härte. So, jetzt habe ich ihn in 1000 Minuten. Der Bomber kann mal das versuchen. Kommt bitte von unten. Nein, der kommt natürlich nicht von unten. Der kommt, der fliegt natürlich jetzt genau hier drüber. Na, super. Ah, der kommt von da. Ah, das könnte sogar klappen. So, und? Ja, sehr schön. So, dann geben die Hubschrauber jetzt dem den Gnadenstoß. Ja. Nein! So, weg damit. Sehr schön. Und direkt die Manneken. Manneken dahin. So. Geil. Okay. Mach jetzt mal diese Kack-Raxirus da weg. Komm. Die Raxirus. Unbedingt die Raxirus. Und, äh, den einen Schattengenerator hier. Da ist noch einer. So. Mach den scheiß Schattengenerator weg. Ja. Das ist egal. Komm. Mach den scheiß Schattengenerator. Aber ich glaube, der hat schon keine Energie mehr hier. Das reicht schon, wenn ich eins platt mache. Oh, geil. Ja. Oh, schaut euch das mal an. Wie viele Hubschrauber der hier hat, ja? Das waren die Hubschrauber von Anfang, vom Anfang. Krass, ey. Rüss. Rüss. Wie ist das jetzt wieder schwarz geworden, hä? Ah, ich, vollidiot. Ich muss noch mal ein Kraftwerk platt machen. So. Mach das platt. Ernsthaft? Wie weit können die Türme schießen? So. Mach das im Arsch. Mach das halt so. Meine Luftwaffe macht das schon. So. Weg damit. Weg damit. So. Alles klar. Die Hubschrauber machen weiter hier platt. Aha, geil. Die Soldaten, die habe ich noch. Sehr schön. Dann mach die mal den Turm platt. Alles klar. Das macht doch... Das ist doch schon jetzt was anderes, Freunde. So. Ja, danke. Das ist egal. So. Dann brauche ich auch noch nicht mal mehr den Transporter. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was? Ja, dann. Raketenwerfer. Das geht auch, ja. Mit Raketenwerfern geht das. Ja, den Transporter habe ich gar nicht gebraucht. Aber ist egal. So. So. Spionageflugzeug einmal da rein, bitte. So. Und... Ah, schade. Oh. Die ganzen Mammutpads. Oh, die erschweren den Weg. Alter Schwede. So. Ich habe auch... Ich fiel zu viel Kohle eigentlich, ne? So. Boah, diese Mission, ne? Tunnel. Tunnelblick. So. Jetzt ist hier wieder freigelegt. Was zur Hölle? Wo ist mein Raketenwerfer? So. Dann schießt du auch mal da drauf. Tu dir keinen Zwang an. So. Weg damit. So. Dann mache ich jetzt mit den Hubschraubern. Es kann sein, dass die Mix jetzt drauf gehen. Oh. Boah. Nein. Die fliegt doch nicht da außen rum. Egal. Ich kann die nachbauen. Trotzdem scheiße. Oh. Was? Nix. Okay. Ich dachte wieder, es wäre ein Dings. Hallo? Ich schieß mal da drauf. Ich dachte, es wäre wieder ein Schlachtkreuzer. Dann schieß mal da drauf einfach. So. Die Mix sind wieder vollzählig. Die haben sie aber noch nicht mal so viel verloren. Okay. Ich habe zwei Hubschrauber. Muss ich nachbauen. Okay. Zack. Zack. So. Spionage. Alles klar. Weiter geht's. Done. Manneken. Das macht Spaß. Ja. Wie gesagt. Also ein bisschen traurig bin ich jetzt schon. äh, dass das die letzte Mission jetzt ist. Aber, da kann man leider nichts dran machen. Ein Spiel geht immer, immer zu Ende. So. Aber das ist halt leider so. So. Dann macht ihr das mal hier. Alles klar. Dann macht ihr das mal so, bitte. Und das da so. Genau das. So. Mann, diese Scheiß-Rax-Sirus da oben, ey. Dass die Hubschrauber aber auch immer einen guten Bogen da drum fliegen müssen, ne? Das ist doch scheiße, Mensch. Hä? Ah, da kommt wieder was. Was? Was war das denn jetzt? Hallo? Äh, was? Was machen die denn? Seid ihr bescheuert oder so? Was machen die denn? Ich hab euch doch gar nicht da oben hingeschickt. Voll Idioten, ey. Mann. Endlose Kohle hab ich hier auch nicht dafür. So. Spionage. Einfach mal hier rein. So. Wie lange nehm ich jetzt auf? 56 Minuten. Ja, lock den mal in die Dings rein. Okay. Das ist alles gut. Ja. Hohohoho. Zack. Weg damit. Okay. Alles klar. Dann. Was ist das denn? Eine Kiste? Geld? Geld. Okay. Na. Das Problem ist, da sind Bunker. Da muss ich irgendwie... Doch mal. Moment mal. Mit einem Raketenwerfer muss ich darüber. Kommst du da rein? Sehr schön. Du kommst da rein. Sehr gut. Dann nimm die anderen auch noch mit. Ja, komm, ist egal. Mach die Flakke im Arsch. Ihr auch, bitte. So. So, jetzt geh da rein. Alles klar. Du auch. Dann mach ich mir nämlich mit den Raketenwerfern erst mal die scheiß Bunker da weg. Alles klar. Dann kann ich hier mal ein bisschen nach vorne fahren. Ja, du kommst hier in Ordnung. Dann mach mal rüber. Mach mal weiter. So. Alles klar. Dann die Raketenwerfer. Ja, natürlich. Nein. Oder so geht's halt natürlich auch. Klar. So geht's auch, ja. Die scheiß Raxius platt machen. Yo. So. Okay. Okay. Das reicht schon, glaub ich. Das war's schon mit den Raktsirus, ja. Nee, da ist noch einer. Da sind noch ein paar. Oh. Ja, egal. Dann probiert den Raktsirus wegzumachen. Einfach. Ich bin Schlachtkreuz, ey. Oh, ich brauch doch drei Hubschrauber. Shit. Der ist nicht. Die sind voll. Aber der hier kann man reparieren. Fliegen. So. Waka, waka, wow. Dieser geile Soundtrack. Ja. So. Los. Ihr seid das neue Team 4 jetzt. Oh, was? Was geht denn hier ab? Okay. So. Was war das denn? Ah, okay. So, weg damit. Endlich schießen mal ein paar mehr hier. So. Oh Mann, die Brücke im Arsch machen. Los. Was? Also, ich sehe nichts, was da noch drauf, auf mich schießt. Macht euch mal einen Weg frei, bitte. So. Dann. Team 3. Das neue Team 3. So. Können wir jetzt hier alles Schritt für Schritt im Arsch machen. So. So. Alles klar. Dann könnt ihr jetzt das da weg machen. Alles klar. Alles klar.